Hier bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Partizelt aktiviert! Warte, aktiviert! Yeah! Yeah! Haha! Hältst du auf? Hey, hey, Brofist! Hey, Digga! Brofist! Hm, nee, nee, nee! Ich bin das mal weg! Hey, na, na, ich seh' ich! Guck mal, er ist schwarz! Nein, ich bin schwarz! Woah! Dass du schwarz bist, das bitteig! Willst du ne Fetze, Roboter? Komm! Hm? Hm? Ich bin ein Roboter. Name ich, bin ein Roboter! cemos Also wenn ich bei dir spawne, dann spawne ich auch bei dir. Guck, dreh dich mal um, dreh dich mal um. Äh, was ist los bei mir? Oh mein Gott, lauf! Oh fuck! Ich hab wieder losgekommt. What the fuck?! Was ist denn mit dir passiert? Er hat sein Jetpack aktiviert, wurde auf ihn geschossen. Er ist dann tot, weil es einfach weitergezogen ist. Wow, lauf! X-Wings im Anflug, ey, Y-Wings im Anflug. Ja, jetzt, jetzt. Faked euch! Ach, jetzt check ich erst, wo der Schwachpunkt von den Viechern ist. Ja, ich wusste das nicht. Ich weiß. An den Eiern, ne? No, man. Da, genau. Genau da. Boom. Lass mal hinfliegen, Digga. Lass mal hinfliegen. Voll an ihre Eier, Junge. Oh mein Gott, Orbital Swim! No. Boom! Hahaha! Zu spät! Oh fuck! TAMMIT! Alter, das ist doch was! Was ist das? What the fuck? Kann ich jetzt in so einem Flugzeug fliegen? Nice! Geil, Alter! Ich kann damit gar nicht steuern, aber egal. Vielleicht jetzt. Oh! Nein! Das ist nicht leicht! Ich hab Boost gedrückt, hör auf damit! Hör auf damit! Hör auf damit! Wow! Das war gar nicht so leicht, Mann! Ja, wenn du damit boostest. Hier ist ein TIE Fighter! Ein Chinesen Fighter, Jungs! Ein TIE Fighter, versteht mich? Das ist nicht leicht! Das ist ein TIE Fighter! Das ist ein TIE Fighter! Oh no, oh no, wie gut. Fight, Dima, fight. Ich muss den anderen Fighter kennen, oder? Oh mein Gott. Das war mal ein Fail. Orbitalschlag, nein. Hier, guck, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Na gut. Bis zum nächsten Mal.